Rennen Na mal gucken, auch wieder zwei Rennen Shibuya A und Shibuya B oder so Storan fängt immer komplett unten hin, na, ehrenhaft gesperrt Ehrenhaft, komm mal noch, alle Profäden, ne? Stell die Koffer weg und komm mit Der Weg zum Sieg führt nur über kein Block Sieh genauso aus Hey, Rundenfresser! Viel Glück! Wie ist das? Hups Pfff Die Schramm hier alle weg Hey, Rundenfresser! Ich hab's verbopfen. Bist du okay? Du hast verbopfen? Ne, ich hab's verbopfen Ich bin hier ja voll reingekircht Tschüss! Er hätte besser laufen können So, das sagen sie alle nachher Dominiert Ich bin hier voll im Arsch Ich mach's nicht besser, indem ich noch nicht Ich bin hier noch mehr dagegen vor Gegen Köln Man, so schlechter, weil ich kann ganz auseinander Hahahaha, Alter So, komm mal Raum, da will ich schon verabschieden Ganz schön still Still, hier ist voll die Action Still, hier ist voll die Action Naja Ja Voila Mist mit mir Diese scheiß Kurve hier Ich hasse sie Schon mal gesagt Wenn nicht, wie ich das jetzt Hallo, ich bin dritter 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 Bööööööööööööööööööööööööoah Was! es ist nicht meine rennen überhaupt nicht scheiß jetzt mit doch einfach nur ins ziel von danke erster geworden noch mit arm krach gerade und jetzt das war Shibuya D glaube ich und das ist Shibuya, Aua, ich bin gerade am Finger verbrannt, Scheiß Kippe. Der neue Superstar fährt heute mit, ich bin sehr gespannt. Uah, das, ich weiß nicht, Uah, das tat weh, Alter. Hey, Rundenfresser. Das meine ich. Wenn ich schlaue, gibt es neue Schuhe. Und so rum kann ich schon viel besser fahren. Ja, gut. Nicht perfekt, aber auf jeden Fall besser. Ja, Alter, da war das jetzt geil. Oh, das war knapp. Jetzt hätte ich nochmal den Kreis da fahren müssen. Da war ich. Boah, boah. Wie ich verloren. Hä? bin ich hier das irgendwie die man muss nicht so gut ich habe diesen schweiß sprung so so nicht mann der zweite sektor den schaff ich irgendwie nicht mich erster mit zweiter und und heute Schalte. Geschafft. Und erster. Jo. Tja. Ich bin einfach gut. Bruder, wie sagt man? Coole Sache. Und schon wieder ein Level aufstehen. 30. Du hast ein paar coole neue Lackierungen freigeschaltet. Und jo. Und zwar noch 50.000 Cash-Burnos. Hey Rundenfresser. Jo. Du hast eine Zauberarbeit beim letzten Event. Wird sag's. Sieht halt hier aus. Nee. Da hab ich eigentlich gar keinen Bock dazu. Ich bin ja durch. Wenn man's mal so sieht, ne. Das ist halt nur hier die Kacke da. Aber an sich bin ich durch. Also. Ich bin nicht da, da. Das ist voll. Da fehlt eins. Da fehlt eins. Da fehlt eins. Da fehlt zwei. Da fehlt zwei. Da fehlt eins. Da fehlt zwei. Da fehlt eins. So. Jo. Sonst. Jo. Sieht durch. So sieht. Die hab ich ja. Das ist ja das Hauptding des Spiels überhaupt. Dass man die X Games macht. Also Europa, Asien und Amerika. Ja. Warte mal denn bei X. Das war's mal. Ne. Okay. Hier. Das war's praktisch. Das ist praktisch das Endvideo gewesen. Ja. Na gut. Diesem Sinne sind wir ja eigentlich durch. Von daher. Würde ich sagen. Ähm. Jo. Weil das Spiel ist eigentlich unendlich. das ist das Problem an der ganzen Sache. Und von daher. Würde ich sagen. Wir verabschieden uns. Von dem Let's Play. Und. Wenn ihr. Vielleicht wollt. Dass ich vielleicht drei Let's Play. Oder Showdown. Das kann ich gerne machen. Wenn ihr das wollt. Ähm. Und. Jo. So. Ich verabschiede mich. Ich. Bin. Euer. Crazy Freak. Und. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Besuchen unsere anderen Let's Plays. Oder unsere anderen Kanäle. Wie Gamma Stick. Oder Play Gamma Stick. Wo es auch Long Plays gibt. Und in diesem Sinne. Ciao. Ciao.